Wir abschieden uns jetzt für einen Augenblick von Ihnen. Sie sind aber sicher wieder bei uns in London. In dem Augenblick, in dem die Königin den Balkon betritt. Wir schalten zurück zu einer kurzen Werbeeinblendung nach Deutschland. Alter, nein. Wo ist bloß der Kaul noch? Kennen Sie die unglaubliche Wirkung von Knoblauch auf Lego Snacks? Jetzt neu, die Tomi Snackcreme Knoblauchkräuter. Wo Knoblauch so cremig drauf geht, da geht einfach nichts drüber. Die neueste Snackidee für alle, die Knoblauch zu genießen, erstellen. Die Snackcreme Knoblauchkräuter. Neu von Tomi. Gute Neuigkeiten für Allergiker. Lorano bei Allergien und Heuschnupfen. Lorano lässt allergische Reaktionen schnell verschwinden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Neu von Tomi. Wo Knoblauch so cremig drauf geht, geht einfach nichts drüber. Die neue Snackcreme Knoblauchkräuter von Tomi. Hier habe ich meine größten Erfolge erlebt, aber auch Niederlagen mit den besten Spielern aller Zeiten. Wir sprachen über vieles, aber nie über Erektionsstörungen. Damit haben wahre Männer keine Probleme. Und wenn doch, wurde geschmissen. Das ist vorbei. Millionen Männer lassen sich bachen. Das sind hundertmal mehr Menschen als hier im Stadion. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Ich würde es tun. Bewahren Sie die jugendliche Ausstrahlung Ihrer Haut. Freiöl Soft Cream Fluid vereint die Wirkung einer glättenden Vitamincreme mit der Frische eines feuchtigkeitsspendenden Fluids. Freiöl Soft Cream Fluid. Die Rezeptur, die Ihre Haut jung hält. Nur in Ihrer Apotheke. Erektionsstörungen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Ich würde es tun. Mit Maggi macht das Kochen. Putenschnitzel werden ja immer beliebter. Heute eine neue Idee mit Maggi Fix für Putenraumschnitzel. Putenschnitzel braten, herausnehmen, Wasser, Sahne und Maggi Fix in die Pfanne. Und die Schnitzel dazugeben. Und der Tipp, Parmaschenken und Rucola geben dem Ganzen eine italienische Note. Mit Maggi Fix was tolles zaubern. Neu Putenraumschnitzel. Erektionsstörungen. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt. Ich würde es tun. Neu Maggi Fix für Putenraumschnitzel. Maggi. Maggi. Ich habe noch nie so viel kaufgeladen. Ja, die Kaufregung bei Karlstadt ist ja ordentlich alle Tage. Jetzt erst mal Kaufatmen. Nix da. Die Kaufregung gibt es nur noch für kurze Zeit. Aber wir haben uns schon viele kaufregende Angebote kaufgeschnappt. Hier, aus Aluminium nur 40 Euro. Und 25 Euro. Kauf ein neues. Ah. Wieder Kaufregung bei Karlstadt. Komm? Komm? Ja ganz ober. Komm? Leben